Wir spielen wieder mal Shellshock Live mit MaxiFy. Den aller echten Gra... Weißt du, hast du die Map? Ja, uuuuuh. Wir haben ganz viele Waffen, wir spielen ganz normal. Deswegen werfe ich jetzt eine Granate zu dir rein. Warum hast du immer so eine Map, die halt... Also sie fliegt so gut. So perfekte Granate. Ich hasse dich. Und jetzt teleportier dich zu mir. Bist du bereit für einen Partyfeuerwerk? Wuuuuh. Oh mein Gott, das geht schon auf mich. Nein. Also, super Feuerwerk. Oh mein Gott. Ich glaube, du hast dir mehr Schaden gemacht, als ich mir. Ja, aber Fufu, tu mir einen Gefallen und töte mich noch nicht. Ich habe dein Clickbait nämlich noch als Waffe. Okay. Darf ich Körner zu dir reinwerfen, dass ich das erste Mal damit Schaden mache? Okay. Dankeschön. GG. Die Körner sind nicht mal gut dafür, dass man die so kacke trifft. Ich schieße jetzt erstmal das auf dich und dann nächste Runde was anderes, okay? Okay, okay. Ich weiß. Natürlich. Du bist ja so... Du magst ja, 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 du magst ja Schlangen. Deswegen geht Schlangen! Ah! 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 Also... Hätte mehr sein können. Hätte. Gefuhren, lass mich noch leben, ja? Ja, ja, ja. Wegen Clickbait, ne? Ja. Ah! Okay, wenn ich den Felsprog nämlich reinwerfe. Ja, ist gar nicht so schlecht, ja. Gute Idee, Maxi. YOLO! Boom! Warum kein Krill? Du hattest ja wirklich eine. Ich dachte, du hast getrollt damit. Nein! Nein! Hä? Wollen wir das drauf? Yeah! Alright! Here we go! Here we go! Let's go! Warum fängst du... ...back to back an? Ah! Wohin? Wow! Wo, 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 wir wissen ja beide, dass ich der Berechnungsgott bin. Ja, deswegen machst du links. Deswegen tut mir leid, dass du nicht triffst. Oh, danke schon. Oh mein Gott, bei drei. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Ja, fahr links runter und dann kannst du abreiben lassen. Du hast Wind. Fahr links runter. Links. Ja, ja. Du musst bei drei nehmen. Das müssen muss immer. Mit irgendwie Portal vielleicht. Oh mein Gott, wenn das richtig trifft, aber triffst du eh nicht weiter. Du bist das halt. Nee, ich schieße schweren Ringer. Du musst du unten links. Die Kacke trifft eh nicht. Du, bin ehrlich. Ich wär tot gewesen, ne? Oh, Daddy. Ich war grad legit rausgehen aus dem Spiel, ne? Ich war kurz vorm Rage-Quid. Also, ich fand den gut geschossen. Ich schieße einfach, so wie ich denke. Ja. Ja, mit Wind. Kommt perfekt auf dich. Oh. Wow. Ey, 50 Schaden, ja? Das wären 100 Schaden. Oh, schon wieder Daddy. Ey, das ist einfach nicht geil, ne? Das ist echt nicht geil. Das ist Action-Scheiß. Das ist so kacke, Alter. Wirklich. X-Angriff. Irgendwas wird treffen. Nevermind. Ich habe wenigstens was cooles versucht, ja? Also, der richtige Maxi hätte da, wow, Portal und so benutzt. Nukes. Nukes. Schallenfälle. Du hast Sonic-Puls. Oh mein Gott, ich bin nicht cool. Deine ist schon richtig gut. Aha. Aha. Ja. Total gut, ey. Aha. Geh, du trystest voll rein. Geh mal nach rechts in die Ecke irgendwie. Danke. Ja, zeig mir, was du kannst, Großer. Ich. Zeig dir, was ich kann. Kack auf Maxi. Ähm, der kackt nicht auf dich. Ey, immerhin. Oh. 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 Nee. 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 Nein. Wow. Langweiler. Ah. Also. Was denn? Was denn, Großer? Ich habe Angst. Ich werde nicht lange überleben. Du musst ja auch Angst vor mir haben. Die erste Runde ging an dich. Aber, Fufu, die zweite Runde. Hör mir zu. Ja, ich schieße jetzt einen Pfeil. Griff tot. Ja. Ich glaube, wie schnell ich berechne und ich treffe mit dem Bogen. Zack, zack, zack. Das ist ja noch schlechter als ich. Hä? Das war ein Joke. Das war ein Joke. Hier hast du einen Rambock. Schnelles Zielen. Das ist es, was es ausmacht. Und das ist ein absolutes GG. GG. Ey, wäre ich dieses Pack gewesen, wäre ich tot gewesen. Ich habe halt keine coolen Waffen. Hier hast du einen Frosch. Ey, wie im Frosch kommst du mir. Ich habe halt gar keine Angst, weil es gibt keine Waffe, die du hast, die 170 Schaden macht. Ich spiele halt gerade mit deinen... Jeder fehlt mal drei. Ich spiele mit deiner Leiche gerade groß. Merkst du das? Das ist dein Überlebster nicht mehr. Ah. Ähm. Weißt du, wie ich meine? Ich könnte überleben. Alter, ich habe überlebt. Ich spiele. Ich spiele noch ein bisschen mit dir. Ich mache das gerade schön pfeffrig. Ich werde den jetzt so reinschießen, dass er bei dir landet und dann hin und her springt er. Nein! Oh Mann, ein... Ein Bouncer. Oh, ich gehe auf voll Glück mit einem Spasmus. Der kann einen Ultraschaden machen oder gar nichts. Hätte der gekrittet, wärst du auch nicht tot. Drei. Mit zwei. War cool mit dir. Ey, hättest du mich da verfehlen, wäre es so gut gewesen. Er hätte verfehlen können. Hallo. Okay, ich werde dich töten. Hm? Wie? Guck mal, Trickshot. Geht zu dir. Fuck! Oh, der könnte mit ganz viel Glück. Oh! Sag ich ja mit ganz viel Glück. Ey, die sind so random. Ist ja eigentlich gefühlt egal, wo ich die hinschieße. Hier hast du eine Schlange. Ich weiß, wie du drauf bist. War nicht so gut. Aber die war... Die war gut, die war gut, die war... Hast du gesagt, Schlangen, verstehen Sie? Hast du gesagt, Schlangen, verstehen Sie? Ah, nein! Oh nein, der Bär vor mir. Ja, nein! Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich könnte jetzt ein Feuerwerk machen. Würde ich dich wahrscheinlich töten. Aber was viel cooler ist, ich kann Orbitale machen. Also Wespen würden dich töten, das mache ich nicht. Pyrotechnik, also Stufe 3, würden dich wahrscheinlich auch töten. Also wäre langweilig, also mache ich Orbitale. Oho, au! Hast du eigentlich gesehen, dass irgendein Orbital ein 68er Crypt gemacht hat? Ich wusste nicht, dass die unterschiedlich viel Schaden machen. Oh Gott. Was ist das? Ja! Ah! Aua, aua. Oha! Mein Leben! Wäre das bei mir drin, ich wäre tot. Ja, das war mein Ziel. Ich wäre so tot, ey. Oh mein Gott. Also... Wir brauchen mal zwei da oben jetzt. Ich könnte wieder, aber ich habe noch Monde. Los, Monde! Also ich hätte dich töten können, zweimal schon. Alles gut. Ich schieße einfach... Du hast ja gesehen, wie schnell ich berechnet habe. Siehst du? Ich schneide berechnen. Komm, mal drei, mal drei. Du hast legit kein Mal drei verdient. Doch, ich habe mal drei verdient. Siehst du? Der Schuss ist so geil und so schwer gewesen. Ich hasse dich. Ich schieße einfach rein. Ja, GG. Gute Runde. Ey, warum? Ich lebe da noch. Oh mein Gott. Wodurch hast du drei Schaden nochmal extra bekommen? Mal drei? Klar, hier. Oh, aua. Aua. Oh, das hat wehgetan. Wo ist mein Mal drei? Ich kriege gar nicht mal drei. Aber ich habe eine Nuke für Mal drei. Echt jetzt? Also nur, wenn ich einen Mal drei habe, habe ich auch eine Nuke. Also im letzten war keine Nuke. Das müssen wir nachholen. Oh, die geht jetzt ganze Zeit hoch runter und dann trifft das sich perfekt. Oder es trifft mich perfekt. Ey, immer dieser eine Bounce, ne? Öh, 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 öh. What do you mean? Was? Was ist das denn? Fünf Schaden. Ich weiß nicht, wie ich schießen muss, deswegen schieße ich so. Das ist nicht weit genug. Die Waffe ist so gefährlich, ne? Nicht, wenn man sie random schießt. Ich schieße ja auch die ganze Zeit random. Der Wind war mega stark. Oder habe ich, ich habe nicht auf den geschaut. weg maxi ich hasse frösche ich esse keine er ist nur frösche froschenkel die einfach alles was ich hab da rein die ganze zeit du kannst du sie nicht berechnen ist korrekt das wird eine schnelle runde oder ich habe noch eine nuke du darfst mich nicht töten ich warte immer noch auf das mal drei ja das wird sich nicht töten das müsste wenn dreimal krit oder machen das wird wirklich dreimal krit wenn ich mal dann macht reise weil ich damit dann mal drei newcastle haben bisschen ich habe eine raumteile aufgestellt könnten wir tun wir stehen uns einfach gerade vor es ist einmal drei ich hoffe ich treffe ich muss irgendwie von oben lang schießen also easy was für krit ich hasse dich also maxi was ist los ich dachte die runde ist so gut für dich ich hätte dich kehren können du doofe scheiße okay komm her komm her nö ich habe keine lust auf dich schießt zwischen uns okay schießt genau auf dich meine ich ja ich wusste halt genau dass sie dahin die gute stern schnuppe mal wieder hallo jetzt komme ich da raus schneeball ne bitte nicht ich hätte auch schlimmere sachen nehmen können das war alles ich dachte da kommt noch was ich grab dich mal ein ja jetzt können wir die map nur nicht mehr so gut benutzen aber sonst ich habe heftiges napalm ich habe auch ein aufklärer aua diese 15 schaden hey du bist richtig heiß gewesen es fühlt sich so an als ob du gegen dich selbst spielst ja finde ich auch ich habe ich habe ein flummi auf der map was ist denn das für eine map ich schieß das war cool aus wie willst du das hier treffen flummi schwarze noch das ganze berechnen natürlich das ist easy wirst es sehen wärst du in dem loch gewesen geh weg schlange nein ja ein bisschen schaden immer gut ja 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 eine koba kommt selten alleine schneeberechtigt und boom auf den kopf nein warum ist doch ein loch aber wie sollte ich denn da treffen das war kacke du bist du hast mich ganze zeit schon getroffen dann werde ich noch mal treffen hast recht ah danke dass ihr wenigstens das nicht mitgenommen aber auch mal zwei natürlich und ja und jetzt habe ich wieder einen ich könnte nicht nein macht auch das ähnlich und was man muss kein klick machen also werde ich überleben ich habe so viele getroffen und ich krieg hin dann ist natürlich mit rechts der wand verdammt oh mein kopf wohin und dann auch noch krill jetzt habe ich keine guten waffen mehr ihr bleibt einfach da ich habe deine bahn dass keine guten waffen das hätte mich getötet hättest du ziehen können jede bombe so easy oder ich weiß genau wie ich berechnen muss und gleich kommt ein schneeball da rein dann bist du durch den schneeball tot schneeball warte oh gott das kommt das kommt schau mal jetzt haben wir eine gerade mehr komm her okay das ist meine runde ich gewinne die du hast gesagt du gewinnst die also habe ich angst bekommen super treibsvoll ist mir leid du hast gesagt ich gewinne die was denn große wo willst du denn hin große okay hier das ist groß warum hast du denn so krasse waffen die ganze zeit jetzt komme ich nicht immer mehr zu dir ich will gar nicht zu dir meine ich fall auf maxi fall auf maxi wieso krieg ich ich krieg niemanden applaus ich möchte die nächste runde noch überleben ja ich hab dich doch überleben lassen jetzt kommt der krit ja ich lass dich leben ich schieße pfeffer das war salz und pfeffer das war es mit unserer freundschaft bang ein krit warte kurz wir sind freunde wir sind freunde wir sind freunde bitte bitte du bist so salzig ich glaub da fehlt noch ein bisschen trickshot trickshot hey pfu pfu trickshot ich mach auch einen den schwierigsten trickshot und wie soll ich hoch abbrennen lassen ich mach auch trickshot verschwachen ich hab ne idee ok ok ich schieße mit pfeffer nein ist es zu hoch geflogen also trickshot das ist nicht ehrlich dass ich trickshot mach oder ja ok gg ey nein ich dachte ja champion ganz gar nichts wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt lasst gerne ein abo da und sonst sehen wir uns im nächsten video und sonst sehen wir uns im nächsten Video